Der Schock sitzt auch sechs Monate, nachdem Daniel Kübelböck, 33, von der Edluna in die Fluten gesprungen ist, noch tief. Wie jetzt herauskam, ist seit dem Vorfall im September auf dem Kreuzfahrtschiff einiges passiert. Ein halbes Jahr ist es nun hier, dass Daniel Kübelböck vom Edluna-Kreuzfahrtschiff sprang. Noch immer erinnere auf dem Dampfer alles an die schreckliche Tragödie. Obwohl das Schiff bereits weitere Touren durch die Welt fährt, Seydörr-Bereich, von dem sich der Musiker in die Fluten stürzte, laut Bildinformationen noch immer abgesperrt. Wie bereits bekannt wurde, urlaubte Daniel zu Beginn unter Deck in einer Kabine. Nachdem er aber selbst Gespräche geführt und immer wieder gegen die Kabinentür getreten haben soll und sich Urlauberüber ihn beschwert haben sollen, wurde er in die Notfallkabine umquartiert. Ein Bildreporter habe von einem Mitarbeiter erfahren, dass die Möbel in Daniels Kabinen nach dem Vorfall und Ende der Untersuchungen ausgetauscht wurden. Auch die Türen seien jetzt so kodiert, dass nur ausgewählte Crewmitglieder Zugang zu den Räumlichkeiten hätten. Doch was genau in den Räumlichkeiten passiert sei seit dem Sprung des Musiks, sollen die Mitarbeiter nicht verraten. Darüber sollen wir auf dem Schiff aber nicht sprechen, heißt es. . .